Heute stelle ich euch Paloma in Action vor. Paloma ist eine kreative, leicht durchgeknallte YouTuberin, wie sie sich selbst bezeichnen würde. Ich würde sie eher als kreativ, selbstbewusst, politisch und engagiert bezeichnen. Paloma unterhält mit spannenden Geschichten und interessanten Einblicken in ihrem Alltag. Und das tut sie auf YouTube, Instagram und Facebook. Wenn ihr als Unixing ein bisschen Action habt, dann reinschauen lohnt sich.